Gemeinsam haben wir darüber nachgedacht, was macht diese Universität, was macht uns besonders, was macht uns stark. Und wir haben in der Diskussion schnell gesehen, unsere ganz besondere Stärke liegt darin, dass wir eng zusammenarbeiten, über die Grenzen von Fächern und Fakultäten hinweg, über die unterschiedlichsten Gruppen an unserer Universität hinweg. Daraus leiten wir das Motto für unsere Zukunft ab, Connecting Creative Minds. Im Ergebnis haben sich drei wesentliche Ziele herauskristallisiert. Erstens wollen wir die institutionelle Kultur an unserer Universität so gestalten, dass sich die Bedingungen für die Entfaltung von Kreativität verbessern. Zweitens wollen wir die freigesetzte Kreativität in Spitzenforschung überführen, die unser Forschungsprofil stärkt und erneuert, aber auch erlaubt, mal völlig neue Wege auszuprobieren und vielleicht sogar zu scheitern. Denn auch das bedeutet Erkenntnisgewinn. Drittens wollen wir als gleichermaßen kreative wie leistungsfähige Institutionen starker Partner innerhalb einer europäischen Universität werden. Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren einige mutige, spezifische Maßnahmen entwickelt, von denen wir überzeugt sind, dass sie uns voranbringen werden bei unseren zentralen Zielen. So wollen wir etwa im Kernbereich Forschung unsere besten Köpfe und stärksten Ideen schneller, nachhaltiger und substanzieller voranbringen mit Creative Labs. Dort werden wir in Master Labs bereits unsere kreativsten Studierenden einbinden, strategische Professuren in neuen Profilfeldern schaffen und unseren herausragenden Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern neue Karrierewege zur Professur bieten. Die Universität Freiburg sieht sich in der Verantwortung, Antworten auf globale Herausforderungen zu finden. Internationale Forschungskooperationen sind der Weg, dies zu ermöglichen. Das Ziel? Unsere Stärken stärken. Forschungsstärke nicht im Alleingang erreichen, sondern durch langfristige internationale Kooperationen gestalten und stetig steigern, die besten Köpfe zusammenbringen, globale Sichtbarkeit erhöhen und damit die Attraktivität unseres Standorts noch weiter fördern. Eukor, der European Campus, bietet Studierenden neue und inklusive Formen der Mobilität und des Austausches. Denn die Wege zu den Partnerhochschulen sind nicht weit, aber dennoch liegen diese im Schnittpunkt der drinationalen Oberrheinregion. Mit der Gründung und dem Ausbau dieses Verbands ist ein wichtiger erster Schritt getan, um zum einen von der eigenen Perspektive über den Tellerrand zu schauen, aber auch um die Universität einer größeren und diverseren Gruppe von Personen zugänglich zu machen. Wir wollen uns auf das besinnen, was uns ausmacht. Wir, alle zusammen, sind eine große Forschungs-, Lehr- und Lerngemeinschaft. Wir marschieren auf dem March for Science gemeinsam und wir bringen gemeinsam neues Wissen hervor. Und dieses Gemeinsame macht uns stark und die Grenzen überschreiten macht uns kreativ. Wir brauchen die Begegnung, die Atmosphäre der Heterogenität, der Irritation und der Anregung. Schaffen wir mehr Raum dafür, werden wir noch besser. Und das Ergebnis ist ein Kulturwandel an der Universität Freiburg, der den Kern dessen freilegt, was uns ausmacht. Nämlich gemeinsam kreativ zu sein. Und das Ergebnis ist ein Kulturwandel an der Universität Freiburg. Und das Ergebnis ist ein Kulturwandel.